Heute habe ich schon Glück gekauft. Eine, zwei Franken. Und so schön sieht es aus. Ich freue mich. Herbst sieht so schön. Ich freue mich so. So schön. Tanja hat mich zurückgefunden. Und Fische. Überall Blühmchen. Ich freue mich so. Herbst. Fische gefangen. Forellen. Und es war so sonnig. Hi. Monday morning. Det här är- Vi fester regn hos mig. Bara regn hos mig. Bara regn hos mig. Jag har hört på radion idag. Das war's für heute. Ich habe gesehen, dass der Lager nachzudacht ist und er kommt durch den Fax nehmen, ob er so weit Das ist auch so kalt, ja? Das ist heute. So sehen wir jetzt aus. Nach den Pischen im Regen. Nass aber sehr glücklich. Jetzt gehen wir weiter gucken. Tschüss! Hallo! Das ist ganz schön. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön. Tula hemmor, Tula vall. Tula langt i morgensen. Kohlte gör, när jag kom hem. Es ist so kalt gewesen. Es ist Himmelgevarden. Paradies. Sonne. Und das Wetter ist gut. Ich habe gefroren. Das habe ich noch nie gesehen. So ist er noch nie geschlafen. So schönes Wetter. Alle geniessen die Sonne. Vor allem die Geister, die ich habe, sehe ich jetzt nicht in der Sonne. Ich habe hier so gemütlich sitzen. Es sieht so schön aus. Hecht! 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 Ich habe hier! Ihrbt war hier luminos・・・ Làm es zu ihm! Wir kommen fortfarünf! Siehe! Wie groß ist er? Wie groß ist er? Lillaya da nachladen Wie groß ist er? Wie groß ist er? Viele Pilze, mit abonanien Viele Pilze, geflogen, tschuldigung, tschuldigung, tschuldigung Tschüss Gäste Min liebe hol Biss kan du grabbe, ni mörker stein Biss kan du leka med disse hol Wow Han är besuppfüksper Lilla vegetal, akta dig, akta dig, akta dig Lilla vegetal, akta dig, akta dig Lilla vegetal, akta dig Lilla vegetal, akta dig Lilla vegetal, akta dig Anastajadej Ciao Unterwegs nach oben Sind schon wie drauf Sitz Guten Morgen Darf ich vorstellen, ich mein Huhn Ich hab jetzt 6 Sekunden Und die sitzt Und die Beine Ist irgendwie gelärmt Jetzt Ich pflege sie immer ein bisschen Ein- und austragen Und am Morgen Krieg sie immer Würmer 7 Stück oder so Und zuerst Wasser Wenn ich sie hinlegen Und sie einfach Kann sie nur ein bisschen nach vorne krabben Kommt euch Kommt euch Kommt euch Kommt zu Zicky und Zicky Und das ist fertig Halt 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 Zicky hat aber nicht zu gern hin Halt 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 Ich habe so ein Süßen BH, das ist so wie ein Kopen-Idee und ich habe so eine super Tische dazu, wo man das gut tragen kann. Hi, jetzt ist, jetzt muss ich schauen, wo die Löwen sind, Freitagabend, morgen gehe ich fischen, bin ich schon. So, jetzt bin ich das erste Mal, Velogfarm mit Rute und Fisch, das war so cool. Wer kommt denn da? Meine Schildkröte, unterwegs im Garten, ist jedem das Löwen sind. Oh, jetzt geht die Blumen los. Das ist meine Superduschi. Jetzt fahre ich Bus, wenn kein Segler verrückt, dann bin ich, wenn du dann bin, wenn du dann bin, dann bin ich. Busse halt erstelle. Busse und socke. Tschüss. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Du hast das Algo? Ja. Hi, Stripparade. Ich gehe jetzt an Stripparade und Wetter ist schön, ich freue mich. Jetzt gehe ich zum ersten Mal auf eine spezielle Party. Ich komme doch nicht rein unter diese Kleider. Ich bin gespannt, ich gehe noch kurz zu gucken. Jetzt bin ich heute spannender. Nein, nein, ich bin einfach gespannt, wie es ist. Vielleicht wenn es lustig ist, dann gehe ich dann anders machen. Vielleicht mit der Freundin oder dem Kollegen. Dann habe ich den. Dann habe ich ihn. Dann habe ich einen. Ich bin zum Bissen, weiss du. Jetzt haben wir wieder einen. Cool. Hier ist eine Zähne. Wie ein Piranha. Ich bin nicht so übel, um nachzusehen. Hast du Hunger? Jetzt haben wir einen großen. Jetzt sind keine so viel große. Jetzt kommt ein grobes. Das ist echt gut beim Fischen. Gestern auch. So, das sind die schönen Zähne. Ganz nah. Oh, ist gut. Heißlinge von Rengskuggen. Heißlinge von Rengskuggen. Wie heißt es jetzt? Pris? Pris, Pris. 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 Pris zu Place. Oh, da geht er so rein ins Boot, das etwas schlimmer klingt. Umwillig warte. Warte, Töne in der Nacht. Die ganze Nacht ist so laut. Ein dritter, ja. Ein dritter. Ein dritter. Ein dritter. Seht ihr da? Die sind der Tögel, ja. Kann ich fülle Schildkröten? Ja. Ein dritter. Medizin. Ist das gut? Ja. Hier. Hier. Hier kommt Graf von Eckrad und Graf von Glucka von Gredesen. Färber som inte ville vara stor. 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 Färber som inte ville vara stor.